Ich schreibe mich noch mal ganz kurz ein, ich will euch wenigstens zeigen, wie viel die einzelnen Seelen geben. Wie viel Seelen die Seelen geben. Da, gekloppt. So, die Kleinen geben 200. Okay, das ist viel. 200 für die Kleinen. Dann haben wir Seele von verlorenen Toten benutzen. Was geben die? 400. Auch nicht schlecht. Besser als nichts. So, und weiter geht's. Was haben wir jetzt? Seelendamenloser Soldat gibt. 800? 800? Also immer weiter. Äh, doppelte. Oh, falsch. Jetzt müssten wir hier jetzt 1600. Das wäre krass. Das wäre echt heftig. 1600 oder 1000? 1000, na gut, dann halten wir sie. Und der müsste uns ja dann 1200 geben. Die Kriegerseele, oder? 2000 Seelen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich hier mit über, äh, pfff, 45, 6, vielleicht sogar 50.000 Seelen stehe. Bis gleich. So, wir haben alle Seelen verwendet und dementsprechend haben wir jetzt knapp 45.000 und... Na, mit 50.000 machen wir schon viel. Na, aber hallo. Du seem to be doing the work. Was hast du denn? Oh ja, bitteschön. Uns geht's fantastisch, würde ich mal fast sagen. Also wir haben noch 6 im Inventar, ich würde mal ganz gerne nur 4 erstmal kaufen, ganz kurz. Denn, ich möchte jetzt mal ganz kurz gucken, wie viel Splitter uns das denn jetzt kosten. Eine komplett aufzurüsten, also auf 5. Wir haben jetzt 10. Wir haben jetzt keine großen Schmiedematerialien, oder sagen wir jetzt nicht, hier hat die Titanischen Schirmen verbraucht. Ne, dö. Wää? Well, alter, nö, nö. Was hab ich denn jetzt? Der stand drinnen. Achso, ne, jetzt braucht man große Schäbe, um die Rüstung zu verstärken, die wir ja leider nicht haben. Achso, alles klar. Okay, aber hierfür, für den, äh, Baldor-Helm, wo ist er denn? Wir brauchen auch eine große Seele. Wieso brauchen wir denn für Rüstung eine große Seele? Das ist ja blöd. Das ist ja jetzt doof gelaufen, wa? Dann können wir uns ja noch ein paar Levelgibben nehmen, schätze ich mal. Ja, dann machen wir hier noch die Lederstulpen und die Kettengabmaschen. Kaufen wir uns mal... So, jetzt brauchen wir noch zwei. Ja, ich... Fuck, 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 fuck. Ich wollte doch das... Ich wollte doch nicht... Abbrechen... So, drei... Ich schätze mal nur... Sechs... Sechs... Sieben... Hat die es gekauft, ja? Ich hoffe. Ja, habe ich. Ganz genau. So, davon... Eins... Zwei... Ach, fuhr, mein Verrücker. Oh, wieso bricht der immer ab? Oh, ich bin blöd. Leute, ihr könnt mich schlagen. Hab gewählt. Habt ihr gedacht? Ähm... Gegenstand. Einen noch. Dankeschön. Alles scheiße. Ähm... Blablabla... Was soll ich verstehen? Plus drei. Ist ja ganz nett. Naja, gut. Dann haben wir hier leider nichts mehr. Ja, hier könnten wir auch noch ein bisschen was verstärken. Aber ich habe ja meine zwei guten Waffen. Ne? Funkeltitamin kann ich für die Rundachse nehmen. Okay. Das ist was dann. Aber nein. Das... Wir reden mal ganz kurz. Most weapons and armor are mighty sturdy indeed. But every honk of metal has its breaking point. If you noticed your ability running low, it's time to repair. You can ask a blacksmith like myself. Or do it on your own with a grindstone. The nice thing about weapons. They never betray you. So pay them a little respect. Mache ich, Kollege. Mache ich. Was ist denn? Warte, kann ich nicht. Ja, ich... Die Rest wieder reparieren. Ja. Steckkeule. Keparieren wir auch noch mal ganz kurz. Ähm... Unsere... Sachen... Keparieren wir auch mal ganz kurz. Ach, wieso repariere ich die eigentlich? Du verbödel. Das tut mir leid. Tut mir so leid. Ach, seht ihr? Genau. Das Schild muss ich ja noch aufwerten. Meine Güte. Da brauche ich ja doch noch ein paar... Splittibittis. Splittis. Ähm... Komm, erst mal... Fünf. Erst mal fünf. Ich weiß nicht genau. Und nicht... Ähm... Wieder... So ein Scheiß. Hat der noch... Hat der denn Ausrüstung? Hat der denn... Ja... Aber die sind alle schlechter als meine. Das würde ich nur wissen. Wird er schon plus zwei. Ja... Drei. Ach, kann man wirklich bis zu fünf... Ab... 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 Abgeraden. Drei. Abgeraden. 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 Ja... Effekt. Alles klar. Gut, dann haben wir noch eine übrig. Und 24.000 Seeln. Ich bekomme nichts mehr. Vielleicht kriegen wir die ja jetzt, denn wir werden uns jetzt dem Dämon stellen. Ich habe keine Dingens, keine Feuerbomben mitgenommen, außer die benutze ich bestimmt nicht bei dem. Dementsprechend wird das vielleicht ein wenig krass der Kampf. Also, schneidet euch an, ich versuche mein Bestes, wir haben ein wenig mehr, 155 physische Abwehr haben wir jetzt und wir versuchen einfach mal was. Ich würde nämlich gerne wissen, ob man Kollege Schnürschuh hier abwehren kann. Jawoll ja! Aber das nicht. Okay. Ich schätze mal, das hier auch nicht so gut. So, das macht er wieder. Okay. Okay, 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 okay. Ist alles in Ordnung. Alles gut. Ich glaube, das sollten wir wirklich nur mal ausweichen. Au. Na, mach was. Oh. Oh. Okay. Ähm. Machen wir ihn jetzt schon? Oh. Oh, oh. Das ist ja gar nicht so hart, oder? Ja. Sagt er und, äh, starb. Puh. Egal. Komm, den schaffen wir. Das ist geil. Das ist schön. Den schaffen wir. Vielleicht gibt er uns ja auch noch ein paar Zehntausender Seelen. Und denn, äh, ja. Denn ist alles tutti. Würde ich mal fast meinen. Ah, schön. Das ist geil. So, dann strecken wir uns mal diesmal ein bisschen an, ne? Das ist ja, äh, äh, ne? Ich hab mich natürlich eben doch nicht angestrengt. Pust. Keuch. Keuch! So, muss ich mal zählen wieder. Lesen mal die Hände hin. Achtung, Zuflucht zu Ort. So, was haben wir hier noch? Geschafft. Nee, noch nicht. Noch ist es nicht geschafft, mein Lieber. Oh, guckt mal. Guckt mal. Ich glaub, unser Freund hat eine kleine Schwäche. Wie es aussieht. Wir sollten uns ihm immer von rechts nähern. Habt ihr gesehen? Der kann nicht so viel rechts. Außer wenn er sowas macht. Wenn er weg springt. Jetzt. Ein Feuer, der wieder kann. Kleiner Puss. Komm, komm, komm. Au. Wir teilen uns einfach mal ganz kurz. Das kann er nämlich nicht. Hoffentlich. Fuck. Ich würde eigentlich, äh, nach vorne. Oh Gott, wir ziehen ihm auch echt gar nichts ab. Au. Ich hab gedacht, er haut ein bisschen was anderes an. Au. Ja. Aber, äh, es ist machbar. Denk ich. Ja, wenn ich mich nicht so blöd ausstelle. Ich stelle mich gerade auch schön doof an. So, und jetzt. Ich sollte, äh, ich sollte mich aufladen. Doch, oder? Sollte ich jetzt schon Estus nehmen? Er ist auch ein bisschen ververzweifelt gerade, ne? Das ist ein epischer Kampf hier. Okay. Arschpieken. So. Ah. Ist, ist, ist blöd jetzt, ne, Kleiner? Wenn man abwehren kann, ist. Au. Aber nicht mal das macht uns mehr so viel Schaden. So, wir kommen mal einfach. Rechts jetzt. Haut er ab. Da haut er aber ab. Wenn man ganz nah an ihm dran ist, kann er auch nicht viel machen. Fällt mir gerade auf. Oh. Oh. Nein! Nein! Fuck, Mann! Wo war der Dingens? Wo war der Scheißring? Nein! Mann! Es war so knapp. Was steht da oben? Da steht bestimmt Idiot drauf. Fuck you! Mist, verdammter Scheißdreck, ey. Ah, Gott, ey. Dass sie so wenig Schaden machen, ist auch lächerlich. Lass uns mal eine Keule versuchen, ey. Vielleicht ist die ja stärker. Boah, ich das irgendwie ein bisschen bezweifle. 145? 129? Ja, ein bisschen. Stärker ist er, ja. Entsprechend können wir es mal versuchen. So, Keule. Auf ein neues. Oh, Gott. Nein! Umfi. Was ist denn der Scheiße? Au. Okay. Lass ab von mir, du Unhold. Hoffen. Hör auf! Sowas macht man nicht. So. Noch ein. Noch ein. So. Eins. Zwei. Mit dich ein oder zwei oder dreimal. Blöd. So. So. Hau mal nochmal einmal auf. Oh. Das war neu. Das war blöd. Das war blöd. Das war blöd. Das war scheiße. Das war dumm und scheiße von mir. Hallo Mauszeiger. Beweg dich mal ein bisschen nach unten. Danke. Kacke. Oh kacke ey Leute. Wieso? 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 Nochmal. Nochmal. Es ist alles Death Scenes. Ich glaube ich bin jetzt. Oh Gott. Im Spielverlauf bin ich schon so oft verreckt. Puh. Wie oft bin ich da wohl schon verreckt. Das ist glaube ich nicht mehr feierlich. So oft bin ich verreckt. Bevor ich dich überhaupt irgendwie angehe. Oh die Tür. Haben wir schon mal ein bisschen. Oh. Oh ja. Bauen wir uns nicht zu weit ab. Komm. Startet jetzt deine gesamte Angriffsserie nochmal neu ey. Mist. Fuck 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 fuck. Wer ab? Danke. Oh. Den Angriff hab ich ein bisschen verplanen. Rechts. Jetzt springt er erstmal ein bisschen. Durch die Gegend. Rechts. Hau nie mal ein bisschen. Au. Hör doch auf damit. Oh der ist jetzt tot. Ich bin auf. Jawoll. Da geht der down. Hau nie. Hau nie. 2000 Seelen. What the fuck. Na gut. Die wollte ich eigentlich auch nur. Dämonen. Titanit. Oh yeah. Oh yeah. Zufluchtsort. Oh yeah. Na denn. Es ist eigentlich ganz schön, dass die hier alle so ein bisschen miteinander verbunden sind. Ich möchte jetzt erstmal eins wissen. Was war das für ein Ding? Dämon-Titanit Als der unbekannte Schmiedegott dahinschied, erwuchsen aus mehreren Schollen riesige Monster. Die Macht des Titanits wohnt nach wie vorhin in ihnen, und sie streifen noch heute durch London. Wie viel Seelen bruchten wir eigentlich nochmal für ein Level Up? Das klappt ja besser als erwartet, so mit mir. Alles noch ganz in Ordnung. Stärke. Oder? Mach mal Stärke? Komm, ich will 24 Stärkepunkte haben. Da hab ich richtig Bock drauf. Aber Kondition, ganz wichtig, habt ihr gesehen. Der Typ konnte uns sonst wie zuhämmern. Das hätten wir sonst nie überlebt. Aber wir haben es überlebt. Wir haben es überlebt. Das ist geil. Äh, trotzdem. Stärke. Go, go. Denn, ähm, so könnten wir auch mal ein paar andere Waffen ausprobieren. Zum Beispiel. Rundachst. Ah. Soviel dazu. Die Rundachst können wir doch noch nicht nehmen. Da brauchen wir 18 Stärke. Und was ist das da hinten? Wille? Okay, äh, die Rundachst könnt ihr euch schon mal hinterstoppen. Die nehmen wir wohl nie. Hier. Zwei Händer brauchen wir, glaube ich, ups. Zwei Händer brauchen wir, glaube ich, ja, 24 Stärke. Das ist, das ist heftig. Was ist das? Irgendwas brauchen wir noch ziemlich viel Stärke. Ich glaube, die Sensi, ne? Wir wollen ja. Die könnten wir mal... Die könnten wir mal testen. Bitte, wenn's Ende gehen würde. Helle Bade könnten wir auch mal testen. Ja. Erstmal testen wir die Helle Bade. Ups. Okay. So ein Angriff nach vorne ist nicht so... Kann man denn... Nee. Okay. Okay. Das ist nach vorne. Das ist so... Ja, wem's gefällt, ne? Mir ist es jetzt nicht so. Falkenschnabel ist höchstwahrscheinlich das hier in grün. Nee. Er braucht mal zu lange, ne? Er hat zwar eine ziemlich lange Reichweite, so. Und einen großen Radius vor allen Dingen. Aber ist jetzt nicht wirklich toll. Muss ich sagen. Sense! Okay. Das ist erbärmlich. Das ist auch ziemlich erbärmlich. Und wenn ich jetzt noch... Wenn ich den Angriff hier mache... Irgendwie ähneln die sich alle ein bisschen, oder? Kann das? Kann das sein? Ha. Na gut. Wir ähm... Ziehen weiter in die Schlacht mit unserer unglaublich krassen Keule. Und würde ich mal sagen... Ähm... Dass wir denn wohl... Mit den nächsten... Äh... Ja. Da hinten weiter gehen. Weil... Olimchen haben wir jetzt besiegt. Die ist glaube ich sonst nichts. Jetzt können wir uns ja ein bisschen mal umgucken. Jetzt können wir uns ja ein bisschen mal umgucken. Und sonst nichts, ne? Geschafft. Ja. Haben wir. Finde ich schön. Und hier? Freude, Lügner. Warte mal ganz kurz. Moment... Was? Vielen Dank.